Eines Superlativ können wir auf jeden Fall für uns gelten lassen, aufgrund der Größe und des Alters. Wir sind das langsam wachsende Unternehmen auf der Welt. Wer so alt ist und so klein ist, der hat es nicht so mit Tempo. Mein Lebensmotto oder Leitsatz, ich glaube, im Moment hätte es viel mit Respekt zu tun. Einfach die Menschen zu respektieren, so wie sie sind und sie nicht zu werten. Gegen den Strom weiche niemals zurück ist ein Motto, was wahrscheinlich für mich und viele andere in meiner Familie auch Bedeutung hätte. Leben und leben lassen. Mein Lebensmotto.